Manchmal darf es ein bisschen mehr sein. Mehr Luxus, mehr Extravaganz, sonderangefertigt, den modernen Standards entsprechend und trotzdem oder gerade deswegen mit der Liebe zum Detail sind es doch durchwegs regionale Rohstoffe, die hier zum Einsatz kommen. Mitten im Mostviertel ist so ein ganz spezielles Produkt entstanden. Die Wahl Deluxe. Perfekt, um ihre Schnappschüsse ins rechte Licht zu rücken. Ich habe ein Bilderrahmenfachgeschäft gehabt in Scheibs und da haben die Kunden immer wieder gefragt nach einer Alternative zum Bilderrahmen. Die ganzen modernen geradlinigen Häuser wollen eigentlich kein Bilderrahmen mehr. Sie wollen was geradliniges, stylisches, auf Sondermaß, anfertigbar. Man kann es businessmäßig für jeden Bereich verwenden, durch die austauschbaren Motive, kann ich da wirklich als Werbebanner, kann ich sehen, saisonelle Werbung kann ich drauf machen, Gerichte, Kinderfoto, also es passt in jeden Bereich. Und so entstand die Wahl Deluxe. Es ist Stilelement, Bilderrahmen und sanfte Raumbeleuchtung in einem. Der auf Kundenwunsch angefertigte Korpus bildet den Rahmen. Das auf Acrylglas gedruckte Motiv wird durch die innenliegende LED-Beleuchtung perfekt in Szene gesetzt. Die Wahl Deluxe ist anfertigbar auf 2 bis 3 Meter. Die mindest kleinste Einheit ist 50 x 50. Man kann das aber selbst gestalten im Panorama, wie man es jetzt hinter uns sieht. Oder natürlich in großem Hochformat, quadratisch, 2 x 2 Meter ist es alles möglich. Je auf Kundenwunsch, wie er es braucht auf seine Wand. Ob Familienfoto, Ihr ganz persönlicher Lieblings-Schnappschuss oder auch Ihr Team im Unternehmen. Das Motiv ist individuell wählbar und kann zudem jederzeit ausgetauscht werden. Wenn ich sage, okay, ich habe ein Kinderfoto, das was mir gerade einmal besonders gut gefällt, weil es ein netter Schnappschuss ist und ich möchte es nicht nur immer im Fotoapparat anschauen, dann lasse ich es trocken. Das geht bei mir am Shop. Der braucht wirklich nur sein Bild in meinem Shop aufgeladen. Die Größe circa dazugeben und ich habe dann die exakte Größe auf Millimeter, dass es wirklich wieder genau einpasst in seine Woldelux. Somit geht das Austauschen dann auch ganz einfach. Klammern runter, alte Acrylplatte raus, neue bedruckte Acrylplatte rein, Klammern wieder rauf, dann noch zurechtrücken und fertig. Es ist an der Fantasie überhaupt keine Grenzen gesetzt. Der Kunde kann mit seiner Woldelux, die kann er gestalten, wie er will. Es sind ganz stylische Nahaufnahmen, schauen genauso gut aus wie Urlaubsfotos vom Hobby. Wie gesagt, beruflich, bisschen mäßig kann ich es überall reinsetzen. Es sind der Fantasie keine Grenzen mehr gesetzt. So individuell sie ihre Motive wählen können, so individuell geht Monika Winter auch auf ihren persönlichen Wunsch des gewählten Materials für den Korpus ein. Ich habe im Programm jetzt einmal 15 verschiedene Dekore. Momentan ist recht stark das Rost, Beton, Sandtöne. Hat man erst mal die perfekte Kombination aus Rahmen und Motiv für sich gefunden, kann man es sich gemütlich machen und die extravagante Note und die angenehme Atmosphäre auf sich wirken lassen. Mit der Woldelux erstrahlt ihr Bild in voller Pracht. Wie zum Beispiel bei Hofstädter Wohndesign in Purgstall an der Erlauf. Naja, es ist einfach wirklich ein einzigartiges Produkt. Es sind alle Elemente, hat sie mir erzählt, da aus dem Mostviertel. Sie hat da lange daran arbeitet, recherchiert. Es ist wirklich eine Art Luxusgut und ich habe mir gedacht, das passt sehr gut auch in unsere Ausstellung, in unser Haus rein.